schaut euch das an freunde six all in the mix herzlich willkommen zu einem video freunde ich werde mein intro irgendwann mal ändern müssen six all in the mix hört sich nicht gut an ich werde auch ein bisschen älter und schaut euch das an unglaublich wie das aussieht wollte ich mal gezeigt haben ja wird abgerissen ich würde sagen gehen weiter wie lauter überschrift ich zeige euch heute mal den zoo berlin so und irgendwann mal den kuram insgesamt da fällt ja alles runter mit dem wind und ekelhaft das ding ist einsturzgefährdet sogar wenn das also rumsteht schon krass schaut euch das an damals hätte ich jetzt noch ein stein reingeworfen mit dem mit der scheibe wird er abgerissen aber heute mache ich auf jeden fall nicht dass wir zu dumm und kindisch meiner meinung nach ja auf jeden fall würde ich sagen kommen wir gehen mal ganz kurz weiter so freunde hier sind wir ja hier wurden einige szenen von von dem film wie kinder vom bahnhof zu gedreht also dachte ich mir kommen zeige ich euch doch mal ein paar szenen davon ein paar orte vor einem tja und hier sind wir auch moment wenn die bahn weg fährt gehen wir sie einmal richtig durch wie ihr seht hier zum beispiel im film von wir kinder vom bahnhof zu gab es auch diese stelle hier los heute hat sich auf jeden fall eine menge verändert schaut euch mal wie das ganze hier aussieht heute gehen wir ganz kurz bis zum bahnhof so in die richtung da gab es so paar film ausschnitte die ich schon als jugendlicher gesehen habe ja denn als christiane f und co hier gedreht haben war ich noch gar nicht auf der welt vor genau 40 jahren 41 jahren quatsch 40 jahren das wollte ich euch mal diesmal zeigen schaut euch das an der bahnhof so und hier drunter wurde damals hier gedreht ja ich wollte euch mal einfach mal die drehrorte zeigen und die älteren unter euch werden sich darüber auf jeden fall freuen weil sie kennen den film und sie kennen kennen auch die szenen also gehen wir mal kurz über die gegend hier vor allem diese straße was der straße so eine art hinter hinterhalt hier ja in der szene wurde dieser ort auch gezeigt und zum beispiel christiane f da wo sie sich gespritzt hat das war auch hier in der ecke hier das war die ecke das wollte ich euch mal gezeigt haben auch hier schön zu sehen ja ein paar restaurants an der seite heute was damals war keine ahnung ganz klar graffitis und so wie sie sehen können super easy vier kinder von bahnhof zu eins der hotspots hier damals eins der drehorte vor 40 jahren und hier gehen wir einfach mal hin lang dann noch mal kurz an der anderen seite und dann noch mal gegenüber gibt es auch noch ein paar orte die ich euch zeigen will also hier haben die gedreht ein paar kandidaten sind auch ready und er kann nicht mal geradeaus laufen so auf jeden fall wurde hier auch gedreht christiane f die kinder vom bahnhof zu 40 jahre ist das ding hier krank ich kann mich kaum wiederholen jetzt kommen wir zum anderen abteil da hinten ein paar obdachlose also damals auch der straßenstrich hier heute nicht mehr aber dafür sehr viele obdachlose so hier nochmal eine straße hier wurde damals auch gedreht da gab es dieses hotel oder was auch immer das hier ist gab es vorher nicht und dieses gebäude gab es vorher auch nicht das ist dann alles noch dazu gekommen doch dass das gab es noch glaube ich das gab es noch was einiges ist hier modernisiert wurden und früher war auch ein bürgerking an der seite um die ecke heute ist er natürlich nicht mehr da aber das ist auch einer der einer der drehorte von wir kinder vom bahnhof zu hier zum beispiel der zweite drehort genau hier war das damals hier standen die zum beispiel an der brücke unter der brücke man nicht mal schauen wir gehen mal ganz kurz rüber die gedächtlichskirche war hier aber zum beispiel so was wie wer ist das das hotel unser war nicht hier das hotel unser war nicht hier unter der brücke das war schon immer da mal schauen mal schauen die szene hier auch zum beispiel hier mit der unter der brücke hier das kennt man auch von dem film jetzt gehen wir noch mal kurz auf die andere straßenseite und filmen da noch mal kurz ja natürlich gab es damals kein ulrich oder so eine so eine currybude und schon gar nicht ein hakiki dünnerladen ja es hat sich aber auf jeden fall hier was geändert freunde wie ihr seht das sind die drohte drohte das sind die orte kinder vom bahnhof zu und ich war auch eins davon früher mal freunde jetzt fängt dann zu regnen ich habe noch ein zwei orte für euch was meiner meinung nach sehr interessant war hier riecht es natürlich der duft hier auf jeden fall in der nase mit urin und hast nicht gesehen ist auf jeden fall wie gesagt hier war das damals ein strich und heute sind sehr viele obdachlose der kinderstrich wie war damals die kinder die auf den strich gegangen sind die sich ihre drohen finanziert haben auch hier heftige kunst ne und so weiter läuft verzieht sich das gesicht crazy wer ist der typ diga satan ist so jetzt sind wir auch schon da auf der anderen straßenseite sehen wir zum beispiel wie verkorkst damals die gegend war im film ich zeig euch mal ganz kurz direkt wie das aussieht um den vergleich noch mal ganz kurz darzustellen kann ich euch zeigen wie es früher aussah und wie es jetzt aussieht zum beispiel einige ältere unter euch erkennen diesen eingang oder ausgang oder was auch immer hier vom bahnhof wir kinder vom bahnhof zoo vor 40 jahren wurde hier gedreht christiane f und co ich blende euch mal ganz kurz auch mal ein foto ein vom film vielleicht könnt ihr euch jetzt erinnern die älteren unter euch so weiter geht's zum nächsten hotspot weiter geht's zum nächsten hotspot ja so sieht's aus war's denn das schon wieder hier na gut weiter geht's er hat auf jeden fall sehr lautes ding wir fragen dem meister ob er ganz kurz ausmachen kann damit wegen der copyright sache wir fragen ihn einfach wir fragen entschuldigung meister ich hab mal eine frage kannst du vielleicht nur für fünf minuten kurz mal eine pause machen bei youtube dann melden sich immer die künstler und sagen ey ich will geld als du die mucki hier spielst in meinem video nur ganz kurz fünf minuten und ich hau dann gleich wieder ab ich muss nur eine kleine dokumentation machen copyright brauchen wir nicht so die nächste ordnung ganz kurz näher rangegangen weil das zu wenig ist hier zum beispiel das war das shooting oh hier stinkts echt überall nach Pisse tut mir leid aber ich muss jetzt durchziehen hier stand die christiane f das war damals hier an der busseite Stelle soweit hat sich jetzt nicht viel verändert hier war die stelle mit der insel und jetzt gehen wir nochmal kurz an die treppe die treppe war immer da ja in dem film gab es diese treppe hier auch und das gebäude hier auch vom zu aber da war halt kein mcdonalds drin natürlich wurde das ganze heute schon modernisiert und äh das ganze sieht heute ein bisschen moderner aus als vorher jetzt gehen wir nochmal kurz zu der mittelinsel und dann war es das auch schon mit den locations das waren die ähm wir kinder vom bahnhof zoo locations wir gehen aber kurz nochmal ins bahnhof und auch hier zum beispiel der ort es erinnert schon gar nichts mehr an damals vorne auch der bahnhof heute alles total modernisiert ja das sah immer auf jeden fall früher anders aus bahnhof nochmal von der anderen seite ja es erinnert halt nichts mehr an den film wie damals vor knapp 40 jahren wir Kinder vom bahnhof zoo das hat sich einiges getan hier freunde wie ihr seht und auf geht zu der letzten location das ist die letzte location das ist die mittelinsel da am zoo halt und ähm ja da war eigentlich immer schon ein Laden drauf damals im kiosk oder heute war er immer drauf also die letzte location hier das mit den bussen und mit den taxis ist genau noch so geblieben wie vorher bloß wie gesagt die taxis haben sich auf jeden fall verbessert also sieht alles besser aus neu aus die busse sehen auch besser aus der bahnhof zoo hat sich auf jeden fall verbessert wie gesagt die gebäude hier was ihr seht war nicht da die mittelinsel das ist sie das ist unser letzter hotspot und äh ja zum glück hat er die musik leise an ja Freunde und hier ist das der letzte spot vor dem film das ist so eine Art mittelinsel und hier war schon immer was drauf ob damals im kiosk oder jetzt wieder so eine Art spätkauf das heißt ihr könnt euch das auch reinziehen ja so seht ihr das auch Freunde ich bin draußen ob ihr was verstehen könnt oder nicht das war's mit dem video es ist zu windig ich hau ab das waren die hotspots das waren die Orte die Drehorte von wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit Christiane F ich würde sagen ihr habt es gesehen ich bin draußen vielleicht nochmal eine Abmoderation woanders wo es nicht so windig ist ja einmal kurz in die Kommentare was denkt ihr darüber auch die Eltern unter euch und ich würde sagen ich bin jetzt durch wenn euch das Video gefallen hat Daumen nach oben Abonnieren aktivieren und wir sehen uns das nächste Mal Freunde danke fürs Einschalten mal wieder und ja was soll ich sagen wenn euch sowas gefällt kann ich sowas öfters mal machen und demnächst auch mal ein bisschen qualitativer unterwegs ich habe mir eine Drohne geholt und ihr werdet den Unterschied auf jeden Fall merken dazu werden wir noch Lost Places machen und noch ein paar andere Dinge Freunde mein Name ist J6 all in the mix bis zum nächsten Video danke fürs Zuschauen nochmal ganz kurz zum tausendsten Mal ich bin draußen Berlin Kudamm Zoo 2020 bis auf ja Freunde ein kleiner Update zu der Neuzeit dieses Gebäude gab es vorher nicht das gab ein Gebäude vorher hier drauf der sah genauso aus ein bisschen anders wurde abgerissen kam ein komplett neues rein das ist hier zum Beispiel neu vorher war hier ein Burger King drin zum Beispiel ja dieses Hotel hier zur Neuzeit das gab es hier nicht dieses Gebäude und auch dahinter das Gebäude hier nicht ja dann da hinten war immer der Strich wo ich das vorhin gezeigt habe bei der Strich und Karstadt Karstadt gab es eigentlich immer und Wertheim da hinten ja ansonsten ja das gab es auch immer war noch zu und ein paar andere Dinge das gab es auch schon immer das Gebäude bin ich mir sicher ich glaube es gab es aber auch schon immer seit den 60er 70er Jahren das Gebäude und die äh und die Uhr natürlich ja darf man nicht vergessen die Eieruhr war auch schon mal da und wenn man der einen r